Hallo zusammen, ich bin's Andreas mit drei neuen kreativen Gestaltungstipps, die dir die CW-Fotobuchgestaltung erleichtern werden. Beginnen wollen wir heute mit dem Thema Ein Buchlayout entsteht, gleiche Abstände zum Rand. In meinem neuen Video geht es um das Erstellen eines einheitlichen Buchlayouts. Dabei sollen alle Inhalte mit den gleichen Abständen zum Rand angeordnet werden und das auf allen Seiten im CW-Fotobuch. Wie du das am schnellsten einrichten kannst, zeige ich dir jetzt. Öffne zuerst ein neues leeres Buch und wähle bei den Gestaltungsvorlagen leere Seiten aus. Ich habe mich für ein quadratisches Buch entschieden. Im geöffneten Programm der CW-Fotowelt-Software findest du oben in deiner Ansicht die Optionen. Klicke und wähle Einstellungen Editor aus. Im geöffneten Fenster wählst du Fotos und Cliparts automatisch positionieren. Stelle hier ja Fotos am Rand einfangen ein. Nun klickst du unten in deiner Seitenauswahl auf die leere Seite 2 und 3. Jetzt werden zwei leere Platzhalter eingefügt, die gleich groß sind. Dazu klickst du oben auf das Werkzeug neues Foto. Nun wird die Größe des Fotoplatzhalters eingestellt, die bestimmt den Abstand zum Rand. Beispiel sollen alle Inhalte zwei Zentimeter vom Rand angeordnet werden, wählst du die Größe 2 x 2 cm aus. Am besten stellst du diese Größe mit dem Werkzeug ein. Öffne den Bereich anordnen rechts oben. Über Objektgröße kannst du hier genau arbeiten. Nachdem du die Größe eingestellt hast, klickst du erneut auf neues Foto. Der neue Fotoplatzhalter hat gleich die eben eingestellte Größe. Abschließend werden die beiden leeren Platzhalter in die Ecken deiner Seite gezogen. Einmal links oben und einmal rechts unten. Beide liegen jetzt exakt genau auf deiner Seite. Mit der Funktion Duplizieren auf alle nächsten leeren Seiten überträgst du dann dieses Layout. In der Seitenauswahl rechtsklick auf die Seite 2 und 3 wählst du Doppelseite auf alle folgenden leeren Seiten duplizieren und fertig. Bevor du jetzt mit deiner Gestaltung beginnst, aktivierst du die magnetischen Hilfslinien. Die findest du im Bereich Anordnen oben rechts. Füge nun deine Fotos ein und platziere sie. Dadurch werden beim Verschieben der Objekte die Linien senkrecht und waagerecht angezeigt und die Objekte eingefangen. Tipp! Zur Seitengestaltung kannst du gern die Einstellungen Foto am Rand einfangen wieder ausstellen. Optionen, Einstellungen, Editor und die leeren Platzhalter in den Ecken deiner Seiten müssen auch nicht gelöscht werden, denn was keine Inhalte hat, wird später auch nicht gedruckt. So einfach erstellst du dir dein eigenes Buchlayout. Nun soll es um Schriften gehen. Die Auswahl ist riesig, aber Schriften sind für die Gestaltung besonders wichtig. Was du beachten kannst und wie du am besten damit gestaltest, das zeige ich dir jetzt. Nicht nur deine Fotos spielen auf den Seiten im CW Foto Buch eine wichtige Rolle, auch die Schrift gestaltet kräftig mit. Sie sollte gut lesbar sein und die Buchgestaltung unterstützen. Richtig eingesetzt ist Schrift ein echtes Gestaltungselement. Es gibt viele verschiedene Schriften und sie lassen sich als Schmuckschrift, als plakative Schrift, als Handschrift oder auch als Basisschrift verwenden. Schmuck oder Handschriften passen toll zu Themen. Sie werden oft auch als Überschrift oder als Blickfang auf einer Seite eingesetzt. Hier darf mit verschiedenen Farben und verschiedenen Schnitten auch gearbeitet werden und auch gern mit Schatten. Sie sind groß und auffällig. Basisschriften sind für Fließtexte und Bildunterschriften gut geeignet. Es gibt sie mit oder auch ohne Serifen. Das sind diese kleinen Querstriche an den Füßen der Buchstaben. Sie unterstützen den Lesefluss. Serifenlose Schriften wirken moderner und klarer. Bei der Schriftgröße empfehle ich dir die Schriftgröße 10 bis 12 Punkt. Alle Einstellungen für deine Schriften nimmst du im Bereich Bearbeiten vor. Schriftart, Schriftgröße und eben auch die Schriftfarbe. Hier ist jede Farbe möglich. Es lässt sich sogar in der Farbauswahl über die Funktion Farbe wählen eine Farbe vom Bildschirm abnehmen. Du kannst auch deine Schrift mit einer Kontur umgeben. Damit wird sie zweifarbig und wirkt vielleicht sogar noch besser. Eine sehr coole Kombination ist keine Farbe für die Schrift, aber dafür eine Kontur. Das macht die Schrift richtig interessant. Im Bereich Dekorieren kannst du deine Schriften mit Schatten versehen. Auch hier habe ich einen ganz speziellen Tipp. Wähle bei der Schriftfarbe die Hintergrundfarbe aus. Entweder direkt oder eben über die Funktion Farbe vom Bildschirm nehmen. Das macht die Schrift unsichtbar erst einmal. Wenn du dann einen Schatten hinterlegst, wird sie zur Prägeschrift. Mit einer leichten Transparenz lassen sich dann deine Schriften auch gern auf den Fotos platzieren. Das Werkzeug findest du ebenfalls hier im Bereich Dekorieren. Mein letzter Tipp für heute ist das Gestalten mit mehrfarbigen Schriften. Dabei gehst du wie folgt vor. Füge zuerst ein Textfeld ein. Schreibe den Text und nimm dann die Einstellungen vor. Schriftart, Schriftgröße und natürlich die Farbe. Ich verwende Blau. Jetzt wird genau dieses Textfeld kopiert und erneut eingefügt. Markiere also den fertigen Text und klicke auf Kopieren. Ein wichtiger Zwischenschritt. Du kannst nicht gleich auf Einfügen klicken, sondern musst vorher einmal auf den Hintergrund der Seite klicken. Achte darauf, dass nichts markiert wird. Dann kannst du einfügen. Lege eine für den eben eingefügten Text andere Farbe fest. Ich wähle weiß. Nun richtest du aus. Beide Texte werden leicht versetzt hintereinander angeordnet. So ergibt sich die Zweifarbigkeit. Über Rechtsklick kannst du bestimmen, welche Farbe dann vor und welche Farbe hinter der anderen liegen soll. Verwende dazu das Werkzeug Ebene nach vorn oder Ebene nach hinten. Fertig ist das Ganze. Ja und im letzten Teil unseres Kreativvideos geht es um Abstände. Wie kannst du Seitenlayouts erweitern? Wie lassen sich Abstände zwischen den Inhalten gleichmäßig einstellen? Das erfährst du jetzt. Inhalte wirken besser, wenn sie etwas Abstand zueinander haben. Oft genügt ein Rahmen oder Farbrand. Dann schafft der Hintergrund zusätzlich Kontrast. Aber manchmal möchte man Objekte auch mit gleichmäßigem Abstand zueinander ausrichten. Das klappt sehr einfach mit den Anordnungswerkzeugen der CW-Fotowelt Software. Übrigens gibt es ja dafür schon ein Video hier im Kanal. Ich blende dir gleich mal den Link dazu oben ein. Heute möchte ich euch einen anderen Trick zeigen, mit dem man Inhalte ausrichten kann, wenn ein bestehendes Layout verwendet wird. Das Seitenlayout mit je fünf Fotos je Seite habe ich auf der linken Seite eingefügt. Nun sollen weitere Fotos hinzukommen. Natürlich mit den gleichen Abständen. Dazu verwendest du einen kleinen Trick. Bau dir kleine Abstandshalter. Diese Abstandshalter kannst du dann immer wieder verwenden. Klick auf neues Foto. Der leere Platzhalter wird eingefügt und gleich in den Zwischenraum eingesetzt und angepasst. Aktiviere aber zuerst nach dem Einfügen die magnetischen Hilfslinien im Bereich Anordnen rechts oben. Nun verkleinerst du den neuen Platzhalter und schiebst ihn in den Zwischenraum. Zoome dazu den Arbeitsbereich etwas. Jetzt kannst du dir ganz einfach die genaue Größe einstellen. Die Hilfslinien helfen dir dabei. Mit zwei Abstandshaltern arbeitet es sich schneller. Klick dazu einfach noch mal auf neues Foto. Nächster Abstandshalter ist da. Benötigst du noch mehr? Einfach immer wieder neues Foto anklicken und einfügen. Ich verwende meist einen waagerecht und einen senkrecht. Jetzt kannst du die Platzhalter anlegen und dein Layout beliebig erweitern. Das wiederholst du immer, wenn das Layout erweitert werden soll. Am Ende hat dann alles den gleichen Abstand. Das gilt übrigens auch für eingefügte Texte und Cliparts. Diese Abstandshalter müssen ebenfalls nicht gelöscht werden, da sie leer sind. Damit werden sie auch nicht gedruckt. Ein Tipp zum Schluss. Speichere das Layout. Damit kannst du es immer wieder verwenden. Im Bereich anordnen, Layout-Sonderfunktionen auswählen und Layout speichern. Ja, das waren sie meine kreativen Gestaltungstipps für heute. Weitere Tipps bekommst du in meinen kostenlosen CW-Webinaren. Den Link zur Anmeldung blende ich dir gleich oben ein. Ich wünsche dir viel Spaß bei der Gestaltung. del Micular J香 J香